dann kann ich das unterwerfen kann ich nicht doch kann ich schön da ist doch irgendwas im schrank oder safe ist doch was im schrank das spiel das spiel wirkt damit dass die größten kinder albträume kindheits albträume überhaupt in einem spiel vereint hat das heißt dass auf jeden fall was im schrank drin nichts kein monster im schrank das ist ja unrealistisch das glaube ich ja nicht kein gruseliger killer clown was da müssen wir was drauf stellen die platte zum bleistift das hier na hallo ich weiß nicht ob wir da hier die knuff drücken sollten aha zwei betten kinder darunter interessant oh ein veteranom als ob das mit der verdammten laterne geht ja sonst nimmt immer den stuhl ich habe die laterne genommen tja scheint zu gehen ich habe vorher die laterne runter geworfen und es geht wozu schwierig wenn es einfach geht wozu ich meine da liegt da liegt eine alterne auf dem boden wie so ein stuhl okay jetzt kommen wir jetzt ist da eine luke oder was kommen wir da noch weiter können wir eine luke aufmachen ne scheinbar ist das nicht öffnenbar die kennt das spiel schon gut ich glaube ich gehe mal zurück oder da war noch eine treppe die nach oben führt ist nur ein secret raum gut haben wir ein secret entdeckt das freut mich dann geht es hier jetzt weiter das Tür können wir vermutlich nicht öffnen ist zu groß für uns hier könnte man theoretisch hoch wie ist der nom noch dahinter gefunden brauchst die nicht mehr zu verstecken nicht gefunden gibt es bestimmt auch eine erholungschaft für für die nomes wenn du die alle gerettet hast das sieht ja aber hier häuslich aus durch die tür können wir nicht müssen wir durchs fenster einsteigen na hallo wer wohnt denn hier wer ist denn hier zu hause der koffer hat sich gerade bewegt kann man dicke öffnen ok ok ich weiß wofür wir den koffer brauchen das ist naheliegend über die hintergründe von den genomen erfährst du im zweiten dlc mehr ok ich habe hier die complete edition wahrscheinlich ich gehe mal davon aus erstmal müssen wir das hauptspiel schaffen wobei nicht die dlcs gehen im ausklappbett sehr schön oh hier können wir hoch ein schlüssel da müssen wir bestimmt noch hin auf den tisch ach wenn das mal kein porträt vom hausmeister ist nein umbleiben nicht runterfallen es wird tödlich auf der höhe sagte er zum glück auch mal hier wieder auf so die koffer mal verschieben na komm vielleicht können wir auch einfach durch den schlitz in der wand ich will jetzt erstmal diesen raum hier erkunden den können wir will ich aber noch nicht na komm hops hops sehr gut da verändert sich ein bisschen die musik was mir eigentlich gesagt ein bisschen angst macht scheint ja hier irgendwie so ein bisschen das hausmeisterzimmer zu sein denkt zumindest ein porträt von ihm nein oben bleiben und wo der höher runterfällst es kann tödlich enden das hausmeisterzimmer zu sein vielleicht jetzt sehr gut schlüssel nimm die schlüssel mit ich weiß nicht wofür wir den brauchen aber tun wir mal hier aus bett wofür können wir den schlüssel gebrauchen hm das klo können wir damit nicht aufschließen hier können wir vielleicht hoch ohne schlüssel aber aber hoch aha eine hose was bringt bloß das jetzt vielleicht können wir an die gemälde ran und dann lieber wieder runter vorsichtig sagte vorsichtig müssen wir den schlüssel nochmal holen ich glaube an dem schlüssel müssen wir dann einfach weiter gehen also die große öffnung in der rechten wand wirkt sehr verdächtig was du nicht sagst molly vielleicht können wir mit dem schlüssel dann da durch den schlüssel aber auf jeden fall mitnehmen weil einfach so brauchen wir bestimmt noch irgendwo für molly ich habe irgendwas dieses das den human for threat part den wir gestern vergleicht haben da ist ja nur dein audio drauf gewesen habe ich doch noch hochgeladen auf meinem zweiten kanal auf zweiges rest der rampe habe ich einfach mal da hat ja hat ja ops einfach meine audio nicht aufgenommen ist einfach nur dein kommentar mit drauf kann man voller hänger den besten podcast den wir je aufgenommen haben mit modi ja wo ist der schlüssel hier ist der schlüssel ohne dose die wirkt man auch noch ab na den schlüssel den können wir doch hier bestimmt irgendwo für gebrauchen wie wärs denn zum beispiel mit dem schlüssel kein podcast ohne fehler war ja kein podcast podcast kam heute online auf bilaterer podcast im kanal da kam heute die folge mit mit jan von der grünen jugend online einen schönen apfel einen schönen apfel apfel genau äh ich denke der ist relativ bedeutungslos wie kommen wir da an den schalter jetzt ran kiste können wir hier irgendwo hoch unwahrscheinlich ein knopf hätte ja ach um zu werfen um mein objekt zu werfen natürlich finde an zu schellen okay noch ein bisschen zu niedrig sehr gut der fahrstuhl bewegt sich wir sind im fahrstuhl wir sind wieder reingekommen okay kisten voller schmer hier können wir bestimmt hoch oder nein können wir nicht können wir hier hoch können wir nicht hm hallo simon willkommen im stream ist ja heute hier was los das glaube ich ja nicht ist ja hier ist ja heute im stream sei gegrüßt simon kommst du aber ziemlich zum ende habe ich doch richtig gedacht erfahrstuhl so mitnehmen schuld eine fahrstuhlfahrt ist lustig Affe, dich nehme ich mal mit, vielleicht brauche ich einen Affe noch irgendwo für. Oh, nicht gut, mir geht es wieder schlecht. Oh je, Hunger hat sie, wie ein kleines Krümelchen, das sie schon vorhin essen. Ducken und durch, Augen zu und durch, ja genau. Gilt es hier in der Situation, na komm, zünd Feuer an. Dafür gibt es bestimmt auch irgendwann eine Erhungenschaft für das Feuer anzünden. Nicht sterben, kleines Mädchen. Oh, Glumander ist wieder da, Abendessen gegessen. Glumander, bin der Sen, ach der, der mich vorhin auf seinen Disco zu weinen geladen hat. Soll ich gewusst sein. Natürlich, Zwerge, hat es geschmeckt. Es ist, es hat so ein bisschen, hat ein bisschen Fadenbeigeschmack, wenn wir hier über Abendessen reden. Lass ein Stück in der Mosefalle, jetzt nimm und geh aus dem Käfig raus. War halt ein Stück Brot mit Marmelade und Butter. Ja. Ja. Und sie wurde hier für ein kleines Krümelchen Schinken eingesperrt. Das musste, glaube ich, passieren. Oder war das jetzt schon ein Fail? Das sieht aber storytechnisch bedingt aus. Ich glaube, das sieht so aus, als wäre es, als müsste es. Und ähm... Sind wir hier? Im Käfig. Dann kommen wir mal raus hier. Okay. Gefangen. Nach links und nach rechts können wir. Versuchen wir mal nach rechts zu kommen. Oh wei. Ich komme hier nicht raus. Na komm. Wir gehen das Gitter hier. Moment mal. Du isst Marmelade zum Marmelbrot. Das esse ich manchmal zum Frühstück. Wieso Marmelade? Ah. Nach links und nach rechts. Sehr gut. Wir sind frei. Hier durch. Licht ein anzünd. Ich hoffe, das war jetzt ein Speicherpunkt, weil ich würde die Ziele gleich mal beenden. Ich glaube, dass wir hier auch nicht weiterkommen. Da können wir mal sterben gehen. Der Hausmeister ist ganz in der Nähe. Da können wir das Kind befreien. Irgendwie können wir es. Wir gehen das mal mit. Wir können ja das gleich zum Frühstück und zum Abendbrot. Das stimmt. Ach, wir benutzen das Kind hier als. Sehr gut. Tops. Jetzt hoffe ich, dass die 3D-Optik passt. Dass ich hier einen Haken rankomme. Ich kann irgendwie schlecht 3D sehen. Das kriege ich irgendwie, ja, wo der Haken sich befindet. Sehr gut. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auf Zeit spielen. Ist hier schnell durch. Müssen wir sprinten. Ja, so sieht es aus. Muss gesprintet werden. Gut. Hm. Na komm. Nicht schieben, sondern springen. Und hoch. Zack. Und hoch. Jammei. Jetzt müssen wir gleich sprinten. Ach komm. Na komm, das schaffe ich doch heute noch. Ist aber auch hier in Entfernung. Musste sofort runterspringen und sofort. Vielleicht hängen wir uns mal in die andere Richtung auf. So mal hier. Von einer anderen Richtung aus springen. Schockern könnte helfen. Weiß ich nicht, ob das klappt. Und hoch. Tatsache. So genau. Anleitung hier. Zum springen. Ja, ich weiß nicht mehr. Und schwingt. Ich habe schon vor Flatt gespielt. Und. Und. Ach. Sehr gut. Na dann. Würde ich fast sagen. So. Darf ich nach oben. Soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da wenn ihr neu seid. Und. Sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Wenn es dann hier weiter geht. My little nightmares. Ja. Ähm. Gut. Sind wir hier gefahren. Na dann. Ich hoffe das war hier irgendwo ein Safepoint. Bis dann. Und tschau. Kleines Lichtlein. Anzünd. Na dann. Tschau tschau. Ja. 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 Na dann.